Ich bin auf so vielen Events und schmink mich fast jeden Tag und ich merke das einfach, dass meine Haut dadurch total gestresst ist und finde irgendwie noch keine so Pflegeroutine und vielleicht hast du dann ein paar Tipps für mich. Also ganz wichtig ist natürlich abschminken abends, das vergessen wir Mädels ja mal gerne, aber ich hätte da eine ganz schöne Lösung, die auch total easy und super schnell funktioniert und zwar diese Reinigungsbürste. Die hat noch speziell einen Bürstenkopf für empfindliche Haut, benutze ich sehr gerne und ich glaube das wäre auf jeden Fall was für dich. Cool, spannend, lass es gerne ausprobieren. Oh 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017